Rote Rosen Vorschau Folge 3777 Ralf versucht, eine Beziehung zu Marvin aufzubauen. Doch bei einem gemeinsamen Spaziergang haben die beiden sich nicht viel zu sagen. Ralf ist enttäuscht, bis Marvin plötzlich um Hilfe bittet. Er hat die Einnahmen der Fischbude verloren. Ralf sieht darin eine Gelegenheit, Marvin enger an sich zu binden und schlägt ihm einen Deal vor. Er gibt ihm das Geld, wenn Marvin dafür mehr Zeit mit ihm verbringt. Hendrik ist entschlossen. Er braucht eine berufliche Auszeit. Britta bemüht sich nach anfänglichem Zögern um Verständnis und verspricht ihrer Unterstützung. Dann bittet Hendrik sie, mit zur Therapie zu kommen. Simon ist sauer, dass die Laien am Kauf des Oldtimers gehindert hat. Er will nichts davon hören, dass sie ihn nur beschützen wollte. Erst Charlotte bringt Simon zur Einsicht, er soll sein Herz nicht an die Vergangenheit hängen, sondern nach vorne blicken. Amelie hat immer noch Angst, ihre Beziehung zu Jorik könnte öffentlich werden. Punkt als Jorik sie damit aufzieht, überrascht sie ihn, als sie sich im Hotel zu ihm bekennt. Punkt als Jorik. Zwisch Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018